Mit Wettbewerben wie Jugend forscht, fördert der VDE Talente, erreicht jährlich mehrere tausend Schülerinnen und Schüler und sichert damit, dass Deutschland das Land der Ingenieurinnen und Ingenieure bleibt. Wir setzen uns ein für die Forschung und Nachwuchsförderung, sowie für das lebenslange Lernen mit Weiterbildungsangeboten wie zum Beispiel VDE-Schulungen, Seminaren und auch unseren Konferenzen. Ein wichtiges Ziel des VDE, vielleicht das Wichtigste, ist die Nachwuchsförderung. Schülerinnen und Schüler für die Technik zu begeistern und ihnen zu zeigen, wie kreativ der Beruf der Elektroingenieurin und des Elektroingenieurs ist. Dabei steht der VDE für das T in MINT, für die Elektro- und Informationstechnik. Ich möchte Sie, die Preisträgerinnen und Preisträger, bereits jetzt einladen, Teil unseres VDE YoungNet zu werden. Das ist unser Netzwerk für Studierende und Young Professionals und ich freue mich bereits jetzt auf ein Wiedersehen mit Ihnen.